Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Valentin Abbrotschwohn äußert sich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz, aber auch mit Blick auf Deutschland. Hallo Valentin. Hallo. Ich bedanke mich für die Einladung und dass ihr euch für die Schweiz interessiert. In der Schweiz haben wir aktuell ein bisschen von Mediengetöse begleitete Mediendiskussion, nämlich die Generaldirektorin des Schweizer Radio und Fernsehens. Das ist unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also TV, Radio, Internetpräsenz, ein paar Podcasts, hat entschieden, dass gewisse Sendungen nicht mehr weitergeführt werden. Also 2021 zum Beispiel Blickpunkte Religion. Und das hat zu einem ziemlichen Aufschrei geführt bei der religiösen Lobby. Da wurde gesagt und behauptet, das sei ein Kahlschlag, da werde die Konzession verletzt. Man müsse doch seriösen Religionsjournalismus präsent halten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das führe zu einer Fundamentalisierung und einer Vergrößerung der Extremisten, wenn nicht am öffentlich-rechtlichen Fernsehen das so stattfindet. Und da haben wir als Freidenkerinnen und Freidenker schon eine ziemlich andere Sicht auf diese Veränderung. Entschuldigung, Valentin, wenn ich kurz einhake fürs Verständnis, worum es jetzt geht. In Deutschland gibt es zwei Arten von religiösen Sendungen. Das eine, also da hast du so eine Religionsredaktion oder Weltanschauungsredaktion. Frau Florin, darauf legen sie ja großen Wert. Die wollen nicht Kirchenredaktion genannt werden, sondern die machen was zu Weltanschauungen. Und das machen die auch. Das sind Journalisten. Erfahrungsgemäß haben sehr viele davon einen theologischen Hintergrund. Das wird auch nicht immer deutlich in den Sendungen. Also das ist praktisch der redaktionelle Teil. Also wie du eine Sportredaktion hast oder eine Politikredaktion oder Börsen- oder Wirtschaftsredaktion. So ist das einzuordnen. Und darüber hinaus gibt es aber garantierte Sendezeiten, die die Kirchen selber füllen können. Und zwar mit so Andachten, so Gedanken, Impulsen. Ich weiß nicht genau, diese Radiogottesdienste oder Fernsehgottesdienste, ob die dazu zählen. Soweit ich weiß, ist es häufig auch so. Wenn die Kirchen das selber produzieren, dann zahlen denen die Sender auch noch die Produktionskosten. Da bin ich auch nicht sicher, ob das so gedacht war. Vielleicht weiß das jemand unserer Hörerinnen oder Hörer. Also meine Frage jetzt in Bezug auf die Schweiz. Wenn du jetzt davon sprichst, von diesen religiösen Sendungen, sind das sozusagen redaktionelle Sendungen? Oder sind das so Kirchenfenster, die tatsächlich vor der Inhalt von den Kirchen kontrolliert wird? Die beiden Radiosendegefäße, die jetzt dann eben beendet werden, sind dem Namen nach und auch dem Inhalt nach meistens redaktionelle Gefäße. Wir haben eben auch beides. Also wir haben diese Verkündigungssendungen und dann gibt es auch eine Art Zwischenstufen. Also es gibt reine Gottesdienstübertragungen, aber dann gibt es halt eben auch das Wort zum Sonntag, das die Freidenker noch nie hatten und die wollen das uns auch nicht geben, weil wir haben ja nichts zu sagen am Sonntag oder zum Sonntag angeblich. Also in diesem konkreten Fall geht es um ein eher redaktionelles Gefäß. Die Sendungen sind manchmal auch ganz in Ordnung oder vielleicht sogar häufig in Ordnung. Ich habe aber auch schon Beispiele von diesen Radiosendungen gehört, wo eben diese kritische Distanz und dieser angebliche religiöse Qualitätsjournalismus oder Journalismus, der sich mit Weltanschauung beschäftigt, nicht so ausgeprägt stattfindet. Also ein bisschen arg viel Ehrfurcht bei der Berichterstattung. Ich habe im Zusammenhang jetzt mit dieser Sache, habe ich viele Sendungen auch abgespeichert und nochmal angehört. Da läuft teilweise unter Kulturberichterstattung oder sogar eingeblendet SRF News stehen Dinge einfach behauptet. Also jemand, der dann heilig gesprochen werden soll. Da wird zum Beispiel das Adjektiv angeblich immer vergessen. Also die Leute denken, dass das Wunder stattgefunden hat. Das wird nicht journalistisch eingeordnet. Das ist wirklich fast wie KTV. Und das ist eben ein Punkt, den wir in der Diskussion einbringen müssen. Also der Journalismus, der angeblich ausgeglichen und kritisch genug ist, der ist das häufig nicht. Wenn über Parteipolitik oder allgemein über kulturelle Phänomene auf diese Art zahnlos berichtet würde, akzeptiert das die Allgemeinheit viel weniger. Ein krasses Beispiel war auch der Papst, ist in der Schweiz gewesen, hat die Schweiz besucht oder heimgesucht. Und die Berichterstattung in dem Zusammenhang, die war auch krass. Oder Heiligsprechung von Mutter Teresa. Also du, ich, wir wissen, was für eine teilweise höchst bedenkliche Form oder was für ein Leben die geführt hat. Das fand quasi nicht statt. Also diese Einseitigkeit, diese Ehrfurcht, dieses Zahnlose und eben dann die vergessenen Adjektive. Oder eben, man müsste sagen, ja, angeblich oder der Meinung dieser Leute entsprechend hat da ein Wunder stattgefunden. Oder die Katholiken glauben, Komma, das. Das fehlt dann häufig. Das wird einfach so hingetan. Und wenn über Politik gesprochen wird, dann wird es viel klarer, dass man das einordnet, dass man die Gegenstimme hört, dass man der Gehör verschafft. Und auf der anderen Seite fehlen beispielsweise auch positive Porträts. Also, letztens kam ein Reporter, ich fand das nicht mal verwerflich, dass man positiv über ein Jubiläum eines Klosters berichtet und über diesen Abt, der sicher auch Gutes tut. Aber wo bleiben denn die dezidiert humanistischen oder atheistischen Porträts, die solche Kuschelporträts sind? Wo bleibt das Fenster zum Sonntag oder das Wort zum Sonntag? Gesprochen von einer Person, die eben nicht religiös ist, die humanistisch ist, die auch mal Religion kritisiert. Und ich habe die Auslegeordnung jetzt ja gemacht. Es ist nicht so, dass die Schweizer Radio- und Fernsehanstalten, die Öffentlich-Rechtlichen, uns gar nicht zu Wort kommen lassen. Ich werde zum Beispiel abends eingeladen in Sternstunde Religion und so. Das haben die schon gemerkt, dass sie auch zur Legitimation unserer Stimmen reinbringen müssen. Denn sonst findet dort ein Monolog unter Religiösen statt. Teilweise ist es wirklich verbesserungswürdig. Wir brauchen einfach eine Diskussion. Was ist jetzt mit dem Wort zum Sonntag? Wieso macht ihr so viele Gottesdienstübertragungen? Und weshalb sind in gewissen Gremien und Institutionen Kirchenleute drin? Beispielsweise nächstes Jahr wird die Vereinbarung zwischen der SRG, das ist die Gesellschaft, also die Radio- und TV-Gesellschaft und den Kirchen wird wahrscheinlich neu verhandelt. Das ist eine Sache, die viel zu wenig öffentlich stattfindet. Und wir werden auch bis jetzt noch nicht an den Tisch gebeten und dorthin gebeten, um mitzusprechen. Und im Vergleich mit Deutschland, die Zahlen geben uns einfach recht. Also die Leute interessieren sich weniger für gelebte Religion und Religiosität. Die Leute wollen viel mehr Säkulares und die wollen nicht mehr die ganze Zeit Gottesdienste. Sie gehen ja selber auch nicht mehr zu den Gottesdiensten. Und verglichen mit Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr da einhaken könnt, wir haben nicht die massive Präsenz in den Rundfunkräten und die garantierte Sendezeit. Bei uns ist das anders organisiert. Also seitens der Kirchen oder seitens der Freidenker? Nein, bei den Kirchen, also im Gesetz und in der Konzession steht eigentlich noch nichts über das Ausmass, das die Religionen und die Kirchen haben müssten, drin. Das ist dann einfach nachher eine Vereinbarung. Und an der Vereinbarung, dass das zeitgemässer wird, da müssen wir in der nächsten Reihe, in der nächsten Runde der Vereinbarungsentwicklung unseren Input eingeben. Kann ich vielleicht hier mal noch einen Detail nachfragen. Weisst du, wie es sich mit Dreisat dabei verhält, spezifisch? Weil das ja ein zum Teil auch deutsch-schweizer Kooperationsprojekt ist, wo wiederum die deutschen Öffentlich-Rechtlichen mit all ihrer Kirchenbeteiligung auch mit dem Schweizer Rundfunk kooperieren, um Sendungen zu produzieren. Ja, ich habe früher ganz viel mehr Dreisat geschaut, als ich es heute tue. Auf der einen Seite werden ja viele Sendungen recycelt. Es ist ja oftmals die Zweitverwertung eines Reporters oder einer Dokumentation, einer Dokumentationssendung. Ich weiss gar nicht, wie viel, ausser zum Beispiel Kulturzeit und so, explizit für Dreisat gemacht wird. Die Schweizer Beteiligung daran scheint mir eher relativ säkular zu sein und aufs Kulturelle, aufs Künstlerische beschränkt. Ich kann mich aber täuschen und muss auch zugeben, Dreisat habe ich früher auch während des Studiums viel häufiger konsumiert als jetzt. Und auf Dreisat kommt, glaube ich, auch nicht unbedingt die Verkündigungssendungen selber, sind, glaube ich, nicht präsent. Das würde mich jetzt erstaunen. Oder da kommt, glaube ich, kein Wort zum Sonntag und keine Gottesdienstübertragung, denke ich mal. Aber das wird ja bei euch komplett ausgestrahlt, ne? Dreisat als Sender. Ja, ja, doch. Das heisst, ihr habt ja sowieso dann nochmal einen kirchlich beeinflussten Sender über die kirchliche Beeinflussung von Deutschland, den ihr voll abkriegt. Denn Dreisat ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender bei uns, in dem auch nochmal die Kirche sich über unseren Rundfunkrat und so weiter beteiligt. Also die Beteiligung, es ist ja immer auch eine Einzelfallanalyse. Ich weiss zum Beispiel, dass auf Dreisat auch thematisiert wurde und wird, dass es den Blasphemie-Tagbestand, also Straftatbestand gibt. Ich denke, ich muss mich ganz übel ehren. Es war entweder Arte oder Dreisat, die das auch in einer guten Dokumentation thematisiert haben. Was ist denn mit der Kunstfreiheit, von Charlie Hebdo bis zu Piss Christ und so weiter thematisiert? Aber eher auf der Seite der Kunstfreiheit und Meinungsäusserungsfreiheit. Es wurde dort meiner Meinung nach künstlerisch, journalistisch sauber gearbeitet. Also Dreisat ist sicher nicht irgendwie hoch auf der Prioritätenliste. Auf der einen Seite ist hoch auf meiner oder unserer Prioritätenliste, dass einfach diese Auslegeordnung gemacht wird. Dass man mal sagt, schaut, ihr behauptet teilweise, dass dort Religionsjournalismus gemacht wird, wie es sein soll. Dabei fehlen dem häufig die Zähne. Also eben, ihr kennt dieses eher ehrfürchtige, wenn das Gegenüber irgendwie eher ein Bischof ist, dann ist das häufig zahnlos. Und wenn aber das Gegenüber ein Parteipräsident ist, also Parteipolitik, dann wird viel kritischer gefragt. Da müsste man hinkommen. Und auf der anderen Seite müssen eben diese reinen Verkündigungssachen, das müsste man doch auch überdenken. Und das dritte Wichtige ist, die Frau Wappler, Frau Wille, die beiden haben auch kommuniziert, dass sie die beiden Sendungen auch deswegen kürzen, weil sie verschiedene andere Formate andenken. Also auch Ethik zu thematisieren, vielleicht eben auch Religion, Weltanschauungen haben sie leider nicht gesagt. Und das jüngeren Menschen nahe zu bringen. Und bei dem Punkt müsste man auch sagen, da muss dann präsent sein, Humanismus, Freidenkerei und eben Atheismus, Agnostizismus. Denn wenn du explizit was für unter 30-Jährige machen möchtest, mit Podcasts, mit solchen Formaten, mit kürzeren Videos, und das fällt unter den Tisch, weil die Religionslobby eine Petition gestartet hat und die Muskeln spielen lässt. Und das sind ja diese unterschiedlich langen Spiesse. Ihr kennt das. Wir haben eine schlechte Lobby. Wir haben auch nicht diese Millionen für PR und wirklich diese Stellenprozente, um Vernehmlassungsantwortungen zu schreiben und so. Das ist ganz, ganz asymmetrisch. Und trotzdem, wir sind die wachsende Bevölkerungsschicht oder der Bevölkerungsteil, da müssen wir hin. Also, um das zu beantworten, Dreisat, Arte, das sind Kleinigkeiten meiner Meinung nach. Der Hund und eben auch die Finanzen liegen anderswo begraben. Und ein ganz konkretes Beispiel wäre halt das Wort zum Sonntag. Das ist jetzt in einer Vereinbarung zwischen der SRG und den Kirchen so geregelt, dass das halt ein christlicher Kommentar sein soll. Die Moderatoren werden übrigens auch entschädigt, dann über den Rundfunk, also nicht rein von den Kirchen. Und da müsste man einfach hingehen, entweder wird das Wort zum Sonntag geöffnet und es ist einer breiten Allianz von weltanschaulichen Gruppierungen offen und darf gesprochen werden oder es verschwindet. Es passt nicht mehr in 2021, 2022, wenn die neue Vereinbarung kommt, dass das Wort zum Sonntag rein christlich bleibt. Es gab, glaube ich, eben schon mal einen Hindu oder einen Buddhisten, der das als Gast gesprochen hat, und explizit Freidenker oder Humanisten oder Atheisten hatten das nie. Und solche Punkte, das frustriert mich dann auch immer wieder, auf die Fragen bekommen wir so lächerliche und teilweise schlechte Antworten von Seiten der Institutionen. Hinter der Kulisse wird mir dann gesagt, ja Valentin, da hast du eigentlich recht, das müsste man, das müsste man aber vor der Kamera oder offiziell wird einfach auf den Privilegien beharrt und wird so getan, wenn eine Kleinigkeit verändert wird, dann schreien die so laut, als ob sie verfolgt wären, als ob sie benachteiligt werden. Dabei haben sie so einen tonnenschweren Haufen von Privilegien und jetzt nimmt man irgendwo ein kleines Fitzelchen weg von den Privilegien und dann ist das Geschrei so riesig, als ob man ihnen nicht nur den ganzen Haufen Privilegien weggenommen hätte, was nicht stimmt, sondern man hätte sie sogar benachteiligt. Also das ist teilweise so stark frustrierend für mich, wie gut die Lobbyarbeit da funktioniert. Das weiss ich nicht, ob ihr das in Deutschland ähnlich erlebt. Ihr habt ja auch die Berichterstattung gehabt über das Lutherjahr und Ähnliches. Da war doch das auch frustrierend, wie schlecht die informierte Gegenseite Gehör bekommt, was da gemacht wird. Ich würde sagen, dass das sogar in Deutschland viel, viel schlimmer ist, weil bei uns gibt es eben nicht nur das Wort zum Sonntag, sondern bei uns gibt es regelmässige Segmente auf jedem öffentlich-rechtlichen Radiosender, wo eben die Kirchen zu Wort kommen, dauern. Die die Kirche produzieren, ja. Es gibt es, glaube ich, sogar bei den Privaten, aber das weiss ich nicht, ob das wegen der Konzession ist oder ob das einfach ein Vertrag zwischen RTL und den Kirchen auf freiwilliger, privat, vertraglicher Ebene ist. Aber das meine ich im Kopf zu haben, dass da auch so halb harmlos, oder dann ist es einfach ein Bibelsprüchlein, vielleicht 30 Sekunden, 45 Sekunden, und das wäre dann auch noch mal zu betrachten, das weiß ich nicht, wie das läuft, aber vielleicht ist das wirklich eine Privatsache und nicht irgendwie an den Staat gekoppelt. Also ich möchte noch mal zu Schweizer eine Frage stellen. Als ich zuletzt durchgefahren bin durch die Schweiz, kam ich in den Radiosender, kam ich dann auf rein christliche Kanäle. Ich weiß nicht, ob es Radio Maria war oder irgendein anderer. Und das hat mich dann sehr überrascht und befremdet, dass da also sozusagen schweizweit dann ein richtiger, reiner, von morgens bis abends, die Kirche quasi den Sender hat und die Konzession hat, das zu senden. Das haben wir in Deutschland eigentlich höchstens lokal. Es ist ja nicht so, dass sie keine Gelegenheit hätte, irgendwie sozusagen hier die Leute zu erreichen. Das ist anscheinend in der Schweiz auch viel besser möglich als in Deutschland. In Deutschland gibt es solche überregionalen, höchstens auf den Satelliten. Da gibt es dann verschiedene Sender, wo dann ihre Inhalte haben. Und früher hatten wir noch den Spaß gehabt und haben dann so besonders lustige Elemente dann auch auf dem Artist-Media-Blog gehabt. Aber das wird ja auch entsprechend wenig konsumiert. Aber das ist einfach enorm. Ist das dir schon mal? Hast du schon mal reingehört da? Also teilweise ist es ja ein geografisches Phänomen. Man müsste auch sagen, UKW, also der Ultrakurzwellenfunk, der ist ja auch am Sterben. In den nächsten Jahren wird der dann teilweise, ich spreche rein von der Physis, also die Ausstrahlung über diese Wege wird dann eingestellt und dann wird es DAB sein oder DAB Plus, also das digitale Audioformat, das es dann gibt. Es kann natürlich sein, du musst ja eine Konzession haben, um darauf zu funken zu dürfen. Und das wird halt ausgeschrieben und das Frequenzband hat so und so viele Plätze. Und wenn du dann privatrechtlich, privatwirtschaftlich eben als Radio Maria oder als ich weiss nicht was, das eben ersteigerst, dann hast du nachher wohl gewisse Auflagen, was du machen müsstest, aber in der Programmgestaltung relativ viel Freiheit. Es wird nicht mehr unendlich lange eben überhaupt diese Diskussion so nötig sein, denn Podcasts und eben Internetradio, ich meine, ich kann jetzt mit ein paar Klicks, finde ich, das Radio, das man per UKW in Wisconsin empfangen kann, wird wohl auch gestreamt. Also das ist so, dass es solche Nischenprodukte gibt, aber die stören mich in dem Sinn auch viel weniger, weil es ja nicht so krass eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, der dort eben meiner Meinung nach nicht seriös journalistisch immer arbeitet. Ja, ich wollte das ja auch nicht als Störung sehen, ich wollte es nur sehen, dass sozusagen wer wirklich sowas konsumieren möchte, der hat die Möglichkeiten, das zu erhalten und das ist offensichtlich in der Schweiz sogar mit einem einfachen Rundfunkgerät möglich, wenn man im Auto durch die Gegend fährt, wo man vielleicht nicht unbedingt Internet hat und in Deutschland hätte man nicht die Möglichkeit, wobei in Deutschland die Verquickung von Staat und Kirche halt, ich meine, in der Schweiz ist vielleicht noch ein bisschen Trennung mehr vorhanden als in Deutschland, und wir hoffen, dass es euch besser geht als uns, weil bei uns war es ja auch ein Grund, diesen Ketzer-Podcast zu beginnen, weil es eben praktisch kein Hörmedium gab, mit dem man quasi als Atheist, dann seine Sicht der Dinge konsumieren oder verlautbaren konnte. Wir haben das Internet als Chance begriffen, eben zu sagen, okay, wir machen einen deutschen Podcast, wo wir unsere besonders ketzerischen Anweisungen machen und wir haben das jetzt hier zehn Jahre und ich sehe kein Format in privaten oder in öffentlichen Rundfunk, die das aufgegriffen haben. Wenn irgend so ein Format ist, dann gibt es ja oftmals so Testvögel, also wenn man zum Beispiel so Musikrichtungen an sich, die sehr experimentell sind, zum Beispiel frühe Rapmusik, das von ein paar Leuten gemacht wird oder besonders exponenteller Jazz, die kriegen dann irgendwann eine Nische um drei Uhr nachts und dann berichtet man das so weiter. Atheisten ist praktisch in öffentlichem, rechtlichem Rundfunk und im privaten Sender nicht vorhanden. Es gibt zwar einzelne Atheisten, also zum Beispiel Böhmermann oder Oliver Welke, die dürfen da senden und man darf sagen, dass sie Atheisten sind, aber ein dediziert atheistischen oder religionskritischen Kanal, der existiert eben nicht. Und das ist erstaunlich, wenn man denkt, welche Fülle an Themen da überhaupt abgearbeitet wird und halten wird. Die sind ja dauernd auf der Suche nach neuen Themen, aber wir werden einfach ignoriert. Das ist ein Phänomen. Ich meine, das Einzige, was uns tröstet, ist, dass die öffentliche Interesse an einem öffentlichen rechtlichen Fernsehen und Rundfunk allgemein zurücknimmt und deswegen ist es auch ein Medium, das immer uninteressanter wird für uns. Ich glaube, der Fortschritt, ich habe gerade mal darüber nachgedacht, ist auch im Grunde durch die Kirchen selber, also der ist der Fortschritt in unserem Sinne, dadurch, dass mittlerweile selbst die Schnarchnasen in den Religionsredaktionen gemerkt haben, dass die Kirchen die verarschen. Normalerweise reichen die einfach immer alles durch, was die von der Kirche kriegen. Und zehn Jahre nach dem Missbrauchsskandal haben sie dann doch mal gemerkt, dass man das vielleicht nicht alles ungefragt so durchreichen sollte. Oder auch das Thema Finanztransparenz. Das sind aber alles Sachen, die würde ich mal vermuten, ich will jetzt hier die Aktivitäten von unserer Seite nicht unterbewerten. Und alleine der Umstand, ich sage mal, dass man über Carsten Frerk oder bestimmte Quellen mal aufgezeigt oder sich informieren kann, wie es wirklich ist, hilft ja dann sozusagen zu durchschauen, dass die Kirchen auch sehr stark im eigenen Interesse immer ihre Öffentlichkeitsarbeit machen. Trotzdem würde ich sagen, Missbrauchsskandal, dann die super schleppende Aufarbeitung, dann der Finanzskandal speziell mit Thebats van Elst, aber danach gab es ja auch immer noch ein paar. Und jetzt dieser Synodale Weg oder so. Jetzt haben mittlerweile auch die Schnarchnasen, würde ich mal sagen, in der Religionsredaktion gemerkt, dass die Kirche hier gerne so ein Hinhalter-Taktik hat. Oder auch genau das Gleiche bei Papst Franziskus. Am Anfang hat er ja immer große Hoffnungen geweckt, aber jetzt ist er sieben Jahre im Amt, siebeneinhalb Jahre, und mittlerweile merken die Leute mal, dass da nichts kommt von dem großen Reformer. Aber wie gesagt, das hat die Kirche dann quasi sich selbst zuzuschreiben, dass da jetzt die Berichterstattung mal etwas kritischer ist. Ich will übrigens an dieser Stelle sagen, wir versuchen ja sozusagen nicht, das Thema Religion ausgewogen zu behandeln, sondern wir versuchen den Teil beizusteuern, der fehlt in dem Gesamtuniversum der religiösen und religiösen Beiträge. Und ich will gar nicht sagen, dass die Religionsredaktionen alle schlimm sind oder dass die alle irgendwie so religiös verstrahlt werden, die Journalisten, die da arbeiten. Ich hatte sogar jemanden, den ich mal ausdrücklich loben wollte, aber dann dachte ich mir, in dessen Kreisen ist da vielleicht ein Lob vom Ketzer-Podcast nicht so karrierefördernd. Deswegen will ich es hier gar nicht erst sagen. Auch Frau Florin beispielsweise, die ich ja gerne kritisiere, oder diese Deutschlandfunk-Redaktion, bei der ist auch nicht alles schlecht, um es mal so zu sagen. Was hatte ich jetzt neulich von ihr gelesen? Sie hat so ein Projekt, wo sie Frauen interviewt, wie heißt das, gesprochene Geschichte, oder das, was ich gesehen hatte, war, es werden dann Frauen, also ich vermute ältere Frauen, zu ihren Erfahrungen mit der Kirche interviewt. Und dann das, was ich gesehen hatte, war dann beispielsweise so, dass die im Beichtstuhl so gefragt wurden, ich weiß nicht, irgendwas zu Sex oder Verhütung oder so Sachen, wo man dann aus heutiger Sicht dann eben sagen würde, das ist aber erst mal entweder ein Übergriff, so eine Distanzlosigkeit sozusagen, oder Manipulation, dass denen dann irgendwie so ein schlechtes Gewissen eingeredet wird. Das merken die natürlich nicht, weil die ja nicht wissen, was andere Frauen im Beichtstuhl so mitkriegen, oder ob das jetzt eigentlich normal ist, was da im Beichtstuhl so abgeht. Weil du kennst ja nur das, was bei dir selber im Beichtstuhl sozusagen abgeht. Und ich will nur deutlich machen, also jetzt speziell ich, ich kritisiere ja gerne da die öffentlich-rechtlichen Sendungen, aber dann eben für Sachen, die ich für falsch finde. Und natürlich kriegt man irgendwann schon den Eindruck, dass das so eine systemische Schnarchnasigkeit ist, weil das halt ganz viele Leute sind, die einen theologischen Background haben, wenn sie nicht direkt von der Kirche kommen. Wobei ich dann natürlich auch erkannt habe, kein normaler Mensch würde ja freiwillig in die Kirchenredaktion gehen, wenn er nicht eher schon religiös verstreit ist. Also da bin ich gar nicht so sicher. Das Phänomen Religion kann ja teilweise interessant sein. Also ich kenne Religionsjournalisten, Leute, die in diesem Bereich arbeiten, die privat atheistisch sind, aber die sich am Thema halt, ja, die dort informiert sind und die das kennen. Und meistens ist dann auch die Sichtweise eine andere als jemand, der eben wirklich quasi wie Partei ist. Und bei manchen Journalisten, eben bei SRF, merkt man die Partei heraus. Also nicht die politische Partei, sondern Partei der Kirchen zu sein. Das sind manchmal Halbsätze, das ist manchmal der Ton, in dem Fragen gestellt werden, wo ich sagen muss, wenn die ein Interview führen mit jemandem, der Religion kritisiert, dann ist das ganz ein anderer Ton, ganz eine andere Art zu fragen, als wenn man eben Religion darstellen soll oder irgendwelche Fragen stellt. Also diese Gutmütigkeit, dieses Zahnlose, dieser Vorschuss an Wohlwollen, der dort wahr wird und gezeigt wird. Ich stelle die Frage noch einmal, wenn du Porträts hast, zum Beispiel eben von diesen religiösen Leuten, dann wird immer wieder ja eben dargestellt, was sie doch Gutes tun, wie die das tun. Da fehlt ein positiver Gegenentwurf. Da muss auch nicht unbedingt von militanten Atheisten ein Porträt sein, aber es fehlt quasi auch diese Botschaft, diese Präsenz, dass man auch die Message rüberbringt, Religion interessiert mich de facto nicht. Und da, wo sie mir Vorschriften machen will, da wehre ich mich, aber ansonsten lebe ich gottlos gut und gottlos glücklich. Das müsste man, wenn man sich das mal anschaut, auch auf die Sendeminuten, ich verlange keinen atheistischen Gottesdienst, der ausgestrahlt wird. Ich will nicht unbedingt, dass wir eine Sunday Assembly machen müssen und die wird ausgestrahlt, aber wenn man sich diese Asymmetrie anschaut, wo bleibt das Positive? Wo wird der wachsenden Bevölkerungsschicht, wie wir das sind? Gut, wir sind noch ein bisschen extremer. Wir sind aktiv in der Ablehnung von Religion und den Vorschriften von Religion und den Fundamentalismen, die sie gebiert. Aber das fehlt doch einfach. Und Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist es auch ausgewogen und zeitgemäss, Gesellschaft darzustellen, gesellschaftlichen Dialog zu fördern und einzufordern, allenfalls auch weltanschaulichen Dialog zu garantieren, an Diskussionssendungen eben die Vielfalt auch hinzubekommen. Und Matthias, du hast es erwähnt, da ist nicht alles schlecht. Also es werden auch Leute von uns eingeladen, unsere Stimmen werden gehört. Aber das richtig Investigative, das fehlt schon häufig. Also es sind so viele Themen, noch unbeackert, wo es wirklich wertvoll wäre, dass da mal ein Journalist wirklich Stunden und Stunden Zeit hätte, um das aufzuarbeiten, um dorthin zu schauen. Aber häufig ist es dann wie, ja, das Bistum macht halt die Rechnung da so und das wäre ein Riesenaufwand, da reinzuschauen. Da schaue ich doch lieber bei der Bank Y oder bei dieser Baufirma oder so. Das ist schon nicht in Ordnung, wie das läuft. Auf die Gefahr hin, hier zu extremistisch zu sein. Aber ich würde sogar sagen, dass die weltanschauliche Vielfalt in vielen Punkten auch nicht mal nötig ist aus dem Gesichtspunkt, ich muss nicht jede Spinnerei von Leuten berichten. Das heißt, die Weltanschauungsgeschichten, die jetzt auf religiös motiviertem Unsinn basieren, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen Platz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben sollten. Also ich muss mir keine Weltanschauung von irgendjemandem anhören, der meint, dass da jetzt irgendwo Wunder passiert sind, wenn er sich das ausgedacht hat. Es ist ja so, dass du als Journalist oder auch als Veranstalter zum Beispiel einer Podiumsdiskussion musst du ja diese Entscheidung treffen. Also wenn du jetzt etwas machst über Geologie, nimmst du da einen jungen Erde-Kreationisten wegen der Quote mit auf das Podium, wenn es um Wissenschaft, um Glaziologie, um Steine und das Alter der Erde, nimmst du einen Flat Earther mit drauf, nimmst du auf jedes Podium, wo es um Massnahmen geht im Zusammenhang mit der Pandemie, einen Corona-Leugner, also ich meine jetzt wirklich einen, der absolut leugnet und Hanebüchen die Wissenschaft verneint. Das sind ja dann Grenzfragen und es wäre auch eine Frage, ja, wenn man jetzt das Wort zum Sonntag öffnet, muss jetzt dann auch das Spaghetti-Monster präsent werden und muss Scientology das auch bekommen oder nicht? Das sind aber Fragen, denen wir uns stellen müssen und Fragen, die wir stellen müssen an die Leute, die dort sitzen, die diese Schemeta machen, diese Raster machen. Aber so geht es nicht weiter. Also das Wort zum Sonntag beispielsweise ist so ein Paradebeispiel. Das wird entweder geöffnet oder es geht doch so nicht. Das ist nicht in Ordnung, dass das nur ein christlicher Kommentar ist. Das passt doch nur schon nicht gegenüber den anderen, auch präsenten religiösen Strömungen. Das geht nicht. Und das, was du ansprichst, klar, es muss nicht alles dargestellt werden und jede hanebüchene Sache. Aber wir dürfen doch auch selbstbestimmt und mit Kopf hoch sagen, unsere Weltanschauung verdient es, dargestellt zu sein. Und im Gegensatz teilweise zu religiösen Weltanschauungen scheuen wir die Debatte noch viel weniger. Also diese religiöse Eingeschnapptheit, wenn man dann die Fundamente kritisiert, da sind wir total offen für jede Diskussion und quasi wie jede Attacke auch, ja. Also ich meinte das ja auch eher andersrum. Also ich meinte das eher so rum, nehmen wir mal eine Debatte zur Abtreibung. Da finde ich, haben zum Beispiel kirchliche Ansichten überhaupt nichts verloren, weil die sich auf keinerlei wissenschaftlichem Fundament bezüglich Psychologie, Biologie, auch dem sozialen Umgang miteinander bezüglich Ethik oder sonst irgendwas befinden, sondern einfach nur dogmatischer Unsinn sind. Und ich finde halt, dass die kirchlichen Ansichten in der Regel überhaupt keine Existenzberechtigung in diesen Debatten haben, weil das rein, ich habe mir jetzt überlegt, das so zu machen und ich behaupte jetzt irgendwas und habe keinerlei Belege dafür ist. Ich meine, die Kirchen sind bei uns auch der Suche nach Endlagerstätten für Nuklearabfall beteiligt, ne? Da haben die eine offizielle Funktion drin. Na, bei den Abtreibungen würden die aber sagen, viele Leute sind eben Christen oder zumindest nominal, auch wenn man weiß, dass Katholiken sich ja praktisch an nichts halten, was der Vatikan so sagt. Aber die würden wahrscheinlich argumentieren, dadurch, dass nominal die Hälfte über die Hälfte der deutschen Christen sind. Wenn die Kirchen sich zum Thema äußern, dann hat das eine gewisse Berechtigung, das zu behandeln. Ja, und nominal käuft auch über die Hälfte der Deutschen irgendwelche Zeitungen, in denen Horoskope abgedruckt werden. Muss ich jetzt die Horoskop-Orakel deshalb auch zu jeder Abtreibungsdebatte einladen? Guter Punkt. Also, stimme die ja inhaltlich zu. Aber ich sehe das zum Beispiel anders, denn die kirchliche Stimme oder die religiöse Stimme, die soll auch vertreten sein. Es soll allenfalls auch transparent gemacht werden, oder? Eben aus diesem Grund glaube ich das, oder? Es gibt ja auch säkulare Leute, die Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch nicht unkritisch sehen. Also, es gibt ja verschiedenste Arten der Diskussion. Ich würde nie verlangen, dass man von aussen oder vom öffentlich-rechtlichen Journalismus her irgendwie urteilen würde, nein, religiöse Begründung ist irrational, also laden wir keine religiösen Leute mehr zu Diskussionssendungen ein. Das würde ich so nicht wollen, denn die repräsentieren ja teilweise eine grosse Strömung und eine grosse Bevölkerungszahl. Aktuell ist es aber eher das Gegenteil. in vielen Ethikräten, also in der Schweiz haben wir eine Ethikkommission eidgenössisch, also auf der Staatsebene Eidgenossenschaft, also Schweiz, für Humanfragen, einerseits Medizin in Humanfragen, andererseits ausserhalb Ethikfragen, die ist durchsetzt mit Leuten, die Theologie Hintergrund haben. Es gibt Leute, die ethisch sauber argumentieren können, die Theologie Hintergrund haben und die vielleicht sogar religiöse Funktionen innehaben. Es ist aber im Moment leider noch das Gegenteil. Also ich würde nicht die Leute ausschliessen wollen, ich möchte einfach vermehrt dezidiert säkulare Ethik stattfinden, sehen und befragt sehen. Das heisst, in die Ethikräte gehören nicht mehr Leute mit so viel Theologie Rucksack und Ballast hinein. Viele Journalisten haben auch die Tendenz, wenn es irgendwie um Leben und Tod geht, Rechte am Ende des Lebens, ja, da müssen wir einen Theologen befragen. Nein, das ist ziemlich falsch. Das läuft genau falsch. Ich möchte die Leute nicht aus dem Diskurs weg haben, aber ich möchte, dass das stärker gerecht gefragt wird. Ja gut, aber dann müsste man eigentlich den Diskurs so führen, dass man direkt nach jedem der Argumente von denen einen Faktencheck macht und fragt, worauf bezieht sich denn jetzt das Argument? Ist das bezogen auf irgendwelche ausgedachten Figuren, die angeblich vor 2.000, 3.000 Jahren gelebt haben oder ist das irgendein Argument, das sich auf haltbare und wissenschaftlich nachvollziehbare Fakten zurückführen lässt? Aber das geht ja, wenn du eine saubere Diskussionssendung am Radio oder am Fernsehen hast und der Moderator moderiert wirklich und nimmt nicht Stellung für eine oder die andere Seite ein. Also wenn ich an Podiumsdiskussionen bin, dann ordne ich das als Gesprächsteilnehmer ein und kritisiere am Votum der Person, die vor mir gesprochen hat, zum Beispiel haben sie denn überhaupt Salman Rushis Buch gelesen oder nicht? Das ist dann meine Aufgabe als Teilnehmer am Diskurs, nicht Sache des Moderators meistens oder ohne Not und wenn diese Debatten so stattfinden, dann können wir das eben einordnen, dann kann der Freidenker auf dem Podium eben fragen, ja, aber woher kommt denn diese Begründung, dass da eine Seele hineinkommt? Ich habe jetzt wenigstens die Idee, okay, wir machen so eine Grenze, zwölf Wochen, da endet Embryo-Zeit, wird ein Fötus, dann kann man darüber sprechen und das transparent machen, dann ist das für mich gelebte Diskussionskultur und gelebte Demokratie. Das findet an einem Gottesdienst natürlich nicht statt, also am Gottesdienst darfst du ja nicht die Hände heben und sagen, ja, aber Entschuldigung, das ist doch irrational, könnten wir das nicht besser begründen? Ich denke, das ist Aufgabe von den Diskussionsteilnehmern da zu sagen, Stopp, worauf berufst du dich da, worauf beruhen deine Aussagen und deine Annahmen? Auf der einen Seite hast du da zwar recht, aber auf der anderen Seite führt das dann dazu, dass du als Diskussionsteilnehmer auf der säkularen Seite im Prinzip nur noch damit beschäftigt sein wirst, irgendwelchen religiösen Mumpels zu widerlegen, statt deine eigenen Argumente einzubringen? Also das ist wirklich so häufig, ja. Ich habe das mal so formuliert, ich kam nach Hause nach einer Diskussionsveranstaltung und dann hat mich meine Frage gefragt, ja und, wie war es, wer hat gewonnen? Dann habe ich gesagt, ich habe gewonnen, aber sie waren halt in Unterzahl und es waren fünf Leute gegen eine. Also ich war alleine, aber wir haben auch meistens gute Argumente und ich denke, wir müssen da nicht in dieses Muster verfallen, da allzu wehleidig zu sein. Wenn wir das Wort bekommen, müssen wir das Wort nützen und nutzen und du sprichst etwas Wichtiges an. Ich war an einer Diskussion, wo es um Blasphemie geht und so und da wurde von den Gegnern so häufig Zeug erwähnt, dass komplett falsch war und ich musste dann auch für mich einteilen, weil ich die einzige Person war, die eben für die Abschaffung der Blasphemie Strafe ist und diesen Straftatbestand muss ich für mich selber evaluieren, nee, ich kann nicht auf alles eingehen, aber die wichtigsten Dinge, da muss ich entgegenhalten. Aber da sind wir in einer Diskussion, die einfach allgemein mit Diskussionen zu tun hat, oder? Also das ist ein Problem, das haben wir unabhängig vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch. Bullshit ist schwieriger zu widerlegen, als eben das Richtige zu postulieren, da muss man immer wieder so lange dran arbeiten und chippen, dass man den Blödsinn, den jemand behauptet hat, wegbekommt, denke ich. Gut, das könnte man ja unter anderem darüber steuern, dass man die Auswahl an Diskussionsteilnehmern tatsächlich auch daran festmacht, wo formale Qualifikationen der Diskussionsteilnehmern liegt. Also wenn ich eine Debatte über, sagen wir mal, Abtreibung mache, würde ich mir vielleicht eine Frauenärztin, jemanden aus dem Frauenhaus, eine Frau, die das wirklich hinter sich hat und vielleicht dann noch einen von einer Kirche einladen und dann habe ich schon den Bullshit-Faktor auf ein Viertel gesenkt von Themen, die da kommen können. Ja und vor allem ist es ja auch noch so, dass die noch nicht mal dafür werben dürfen. Ja das kommt ja auch noch dazu, wenn ich natürlich Debatten führe, wo von vornherein per Gesetz den Leuten der Mund verboten wird, dann ist es ja noch schlimmer. Aber ich weiß gar nicht, habt ihr das eigentlich in der Schweiz, dieses Thema, so wie bei uns, dass die Frauenärzte nicht für Abtreibungen werben dürfen und dementsprechend dort bei jedem Wort, was sie dazu verlieren, vorsichtig sein müssen, dass sie nicht im Anschluss verklagt werden? Du sprichst das in Anführungszeichen Werbeverbot an. Ich glaube, da war ja eine Ärztin, die auf der Homepage erwähnt hat, dass das überhaupt bei ihr stattfindet. Ich kenne die genaue Regelung in der Schweiz nicht. Häufig wird es ja eben an Kliniken gemacht. Ich weiss von Kantonen, die früher eben das in andere Kantone verschoben haben. Dann musste man halt weiterreisen. Da bin ich nicht genau auf dem aktuellen Stand. Aber in der Diskussion selber ist es in der Schweiz auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so schlimm. Da hast du dann häufig gut ausgewählte Personen, also vielleicht eine Frauenärztin oder jemand, der betroffen ist. Und dann liegt es manchmal eben auch an der Auswahl. Ich finde ja insgesamt ganz wichtig, dass man geeignete Personen einlädt und wählt. Zu oft kommt es vor, dass von unserer Seite das schlechte Argument irgendwie präsentiert wird oder präsent ist. Ihr kennt vielleicht dieses Paradox einen Namen hat. Manchmal weiss ich, wenn ich mit Journalisten spreche, auch in Vorgesprächen nicht, ob sie sich dumm stellen oder ob sie wirklich keine Ahnung haben. Basic-Recherche fehlt häufig und dann stellen die mir Fragen, wo ich Entschuldigung, hast du dich mal auf unserer Webseite umgesehen? Hast du mal meine Kolumnen gelesen oder überhaupt einen Text von mir? Was stellst du mir für Fragen? Da weiss man nicht, ob jetzt die Frage so in Anführungszeichen dumm gestellt ist, im Sinne von sokratische Frage-Methode, damit ich die Antwort geben kann, wie das der Rezipient und der Leser Reins Reins Beiträge sind. zum Sekretariat und zum Präsidium von dieser Partei, sondern dann lasse ich auch den Kritiker oder die Kritikerin zu Wort kommen und das informierte, gute Gegengewicht dem Wert geben. Und das findet in Religionsthemen zu wenig statt. Vergleichen könnte man das, wenn jemand über die CSU irgendwas machen will, dann fragt man nur das CSU-Sekretariat und den CSU-Ortspräsidenten und fertig. Das ist doch kein Journalismus. Bei dem, was du gerade als Beispiel hattest, würde ich sogar noch weitergehen. Da würde ich sagen, dass eine vernünftig aufbereitete Sendung nicht dir das Wort zu überlassen sollte, sondern am Anfang ein Segment einblenden würde, in dem eine Übersicht gegeben wird, einfach komplett neutral. Hier ist das Steuerrecht, so wie das aufgebaut ist. Hier sind die Beträge, die ja nun nachprüfbar in den staatlichen Berichten gezahlt werden und jetzt hören wir mal dazu zwei Leute. Weil ansonsten wird es ja, wenn man dir es überlässt, so etwas darzustellen, dann wird das ja schon wieder als Meinung eines Atheisten verkauft. Und das Steuerrecht und die Beträge, die da fließen, sind ja keine Meinung, sondern das sind einfach Fakten, die man so präsentieren kann und dann kann man eine Meinung dazu erfragen. Das fällt auch wieder in die Richtung, wie viel Redezeit man eigentlich eingesteht und dort wird auch wieder so über implizite Tricks dann die Redezeit von im Prinzip säkulären Ansichten oder säkularen Ansichten wird reduziert, indem man nicht nur dafür sorgt, dass die damit beschäftigt sind, Bullshit zu widerlegen, sondern indem man auch noch dafür sorgt, dass rein faktisch nachprüfbare Dinge erst mal von denen auf den Tisch gelegt werden müssen, weil man selbst sich der Rolle entzieht, vernünftigen Journalismus vorherzubringen. Ja, also die Sachen hast du ja teilweise auch mit Presidential Debates oder wenn der Orange, darf man seinen Namen nennen, wie ist das bei Harry Potter, dessen Namen man nicht nennen soll, da drehen sich die Fact-Checker ja im Kreise, da kannst du ein Perpetuum mobile machen und Strom abziehen von diesen Fact-Checkern, die sich da drehen und drehen und drehen. Es wäre schön, eben wenn, das ist etwas, das ich auch frustrierend finde, auch bei Podiumsdiskussionen und so, manchmal weiss ich gewisse Dinge einfach genau und weiss sie auch besser und deswegen komme ich manchmal auch als Besserwisser herüber, aber wenn ich dann etwas erkläre und sage, nein juristisch ist das so und so und dann jemand in der Gegenseite einfach nur wieder darüber hinweg geht und auch das Publikum das erlaubt, dass man eben nicht mal zugibt, ja das müsste man ändern, sondern dass dann der religiöse Funktionär dann erst nachher beim Kaffee trinken nach der Podiumsdiskussion sagt, ja Valentin, da in dem Punkt hättest du eigentlich recht gehabt und dann mittlerweile bin ich so frech und dann sage ich, ja aber Entschuldigung, wieso haben sie das nicht dazu gegeben, dass ich recht habe in diesem Punkt, warum könnten wir nicht wenigstens an diesem Ort etwas Fortschritt, etwas mehr Fairness, etwas Gerechtigkeit, etwas mehr einen Schritt in eine zeitgemäße Art, zum Beispiel einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder das Steuersystem zu haben und dann kommt entweder ein Schulterzucken oder ein Ausweichen oder ja, ich muss, wir müssen halt auch schauen, dass das Geld reinkommt und wir können ja nicht und wir müssen jedes Privileg, das diese religiösen Gemeinschaften haben, das muss man dermassen abkämpfen. Da darf man, und das weiss ich mittlerweile, man darf nicht auf die Ehrlichkeit des Gegners, des weltanschaulichen Gegners oder politischen Gegners in diesem Sinne dort irgendwie zählen, denn sonst kommst du nirgends hin. Hinter den Kulissen wissen die, unsere Zeit ist ein bisschen am Ablaufen, die Privilegien werden reduziert werden, aber wir wehren uns an jedem Ort, wir werden überall alles tun dagegen, wir werden laut schreien, wir werden verfolgt, wir werden benachteiligt und das Gegenteil ist der Fall, es sind noch riesige Privilegien da. Das war jetzt so ein bisschen mein militantes Wort zum Sonntag oder eben ja, ihr habt es gemerkt, da ist bei mir auch ein bisschen Frust, wie wenig man vorwärts kommt, wie wenig die Leute auch sehen, dass es nicht alleine reicht, okay, ich bin zur Kirche ausgetreten, das löst sich alles selber. die haben so massive Privilegien, da muss eben auch die Gegenstimme da sein, warum nicht eben auch sich in einem säkularen Verein, in einer Vereinigung engagieren, die da eben auch einmal ein bisschen dagegen arbeitet. Ja, Wort zum Sonntag gemacht. Kurze Frage vielleicht noch Valentin, ich habe den Eindruck, also ich sage mal so, wir Podcaster, wir machen das ja, weil uns die Themen am Herzen legen, liegen sozusagen, wir wissen bestimmte Sachen oder wir durchschauen bestimmte Sachen, dann sagen wir, okay, da müssen wir was zu sagen. In dem Moment, wo du bezahlter Journalist bist, ist deine Situation ja eine ganz andere, da musst du halt eine Zeit füllen und versuchst das um möglichst wenig Aufwand zu machen. Ich glaube, man tut den Leuten auch nicht unrecht, das ist einfach so. So, und dann hast natürlich so eine gewisse Dünnbrettbohrer Sicht und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass gerade die Sendung, die ich am häufigsten kritisiere, aber einfach, weil ich die am häufigsten höre, diese Deutschlandfunk Tag für Tag, die haben häufig interessante Themen, das ist aber ganz häufig so, dass es ist irgendeiner, der hat ein Buch geschrieben und der freut sich natürlich, wenn er sein Buch dann eine halbe Stunde vorstellen kann in der Sendung. Und dann ist das halt sehr einfach zu produzieren, weil der Typ liefert den ganzen Content, du guckst vielleicht vorhin mal einen das Buch an oder liest das oder lässt einen das lesen, aber dazu brauchst du ja keine Ahnung zu haben in dem Sinne, sondern du guckst einfach, wo hast du Leute, die was zu sagen haben. Aber das könnte man sich ja auch zur Nutze machen. Also erstmal, du hast natürlich völlig recht, dass bestimmte Sachen einfach so sein sollten, diese stärkere Ausgewogenheit, was du sagst. So, aber die Frage ist jetzt, was könnten wir machen? Und leider ist es häufig so, je dümmer du, was machst, desto mehr Aufmerksamkeit kriegst du. Ich weiß noch einmal, da hatte ich irgendwie eine Webseite, die hatte ich jahrelang betrieben und nie kam irgendeine Redaktion und dann hatte ich einmal was Dummes gemacht oder so, jetzt aus Scheiß. Daraus gab es dann irgendwie super Reaktionen. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Du weißt, was ich meine. Oder hier, sagen wir mal, die Giordano-Bruno-Stiftung oder David Farago mit seinem hier Mose oder nackten Luther oder so. Das ist was, da fahren halt Journalisten drauf ab. Dann hast du auch noch schön was zum Angucken. Und vielleicht, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie stark das möglich ist, denn du brauchst ja eine ganze Menge Ressourcen, um sowas zu machen. Aber im Prinzip müsste man vielleicht zusätzlich zu dieser Diskussion, wie stellen wir uns eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor oder die Behandlung des Themas Welt anschauen, dass man gezielt den Leuten quasi sowas bringen, so wie so eine Pressebeteiligung oder vielleicht noch mit mehr Content, wo die dann sehr leicht haben, da draußen Beitrag zu zaubern, dass man sich das zunutze gemacht, diese, sagen wir mal, Dünnbrettbohrer-Einstellung. Daran arbeiten ja wir säkulare Vereinigungen auch. Studien machen, Zahlen liefern und so weiter. Und das funktioniert manchmal auch, dass wir eben Themen einbringen können, die wir vorrecherchiert haben. Also das funktioniert manchmal und manchmal ist es aber auch ein Frust im Sinne von, da sind wirklich Stunden und Stunden und Stunden von Arbeit und dann ist es keine Zeile wert. Das ist dann auch eine Frage der Energie, die du dort einsetzt oder eben nicht. Auf der anderen Seite ist es ja immer so, wenn du Gutes machst, also eben auch unsere humanistischen Sommerlager für Kinder, also die humanistisch wissenschaftlichen, das Camp Quest oder säkulare Flüchtlingshilfe und so. Einerseits haben wir nicht die Mittel, die finanziellen und personellen Mittel wie Kirchen. Wir wollen das auch nicht unbedingt. Und auf der anderen Seite ist es ja für jeden schwierig, Gutes zu tun und dass darüber berichtet wird. Das ist ja eine Sache, die eben auch in den Medien angelegt ist. Das Kontroverse oder das, was halt eben nicht gut läuft. Es gibt keine Schlagzeile. Oh, heute ist in Lies wieder der Strom nicht ausgefallen. Das ist keine Schlagzeile. Und dann kommt ja noch dazu, ich habe den Eindruck, dass Kirchen oder Religiöse oft gerne was Gutes tun, was jetzt gar nicht irgendwie groß theologisch oder was man auch ohne religiösen Antrieb machen könnte, um so eine Art Whitewashing oder Greenwashing zu betreiben und dann zu sagen, ja, wir tun doch so viel Gutes. Während ein Atheist, sag mal, wenn ich jetzt was für einen Umweltschutz tun wollte oder für Menschenrechte oder was auch immer, dann würde ich mir eine Gruppe suchen, die sowas macht. Und wenn die das vernünftig machen, würden die das auch überkonfessionell machen oder weltanschaulich neutral, weil wir haben ja dann das Thema Menschenrechte, Umweltschutz, was auch immer. Dann wäre aber der Berichtfokus oder die Perspektive wieder nicht mehr diese religiöse. Also selbst wenn jetzt die Atheisten alle was Tolles tun würden, aber das würden sie halt nicht atheistisch labeln, sondern dann wäre es halt bei Ärzte ohne Grenzen oder weiß nicht, Greenpeace. Oder nimm einfach Bill Gates, der ist der Atheist. Ja. Also das Spenden von Zeit und Geld ist ja teilweise so, also wenn ich Blut spende, dann ist es mir eben zum Beispiel unangenehm, wenn das in einer Kirche stattfindet. Klar kann man sagen, die Infrastruktur ist eh von der Allgemeinheit bezahlt, aber ich tue ungern Gutes und nachher steht am Schluss das Label Kirche drauf. Das mag ich nicht, deswegen bin ich also klar, ganz effektiv altruistisch ist ja zum Beispiel Against Malaria Foundation oder solche Dinge von GiveWell evaluiert. Da steht kein Religionslabel drauf, aber manchen ist es auch wichtig, explizit humanistisch oder atheistisch zu spenden. Das ist auch wichtig, also eben säkulare Flüchtlingshilfe, dass man explizit das so tut. Und insgesamt ist es schon auch so, dass die Kirchen das immer gut schaffen. Staatsgeld kommt hinein und dann kommt dieses Label Kirche drauf. Da wäre auch journalistisch viel noch zu tun. Und mich stört jetzt das, was du da sagst, auch. Aber es ist halt so, wie die Welt im Moment ist. Also dieses Dinge tun und dann darüber sprechen, das ist halt so. Und ich habe in diesem Zusammenhang halt auch schon Hanebüchen schlechte Argumente gehört. Ja, wenn Fussball übertragen wird, das ist ja für euch Atheisten, da kommt Religion ja nicht vor oder jeder Spielfilm. Das ist eben nicht die Symmetrie, die ich meine. Also, dass in der Fussballübertragung oder im Wissenschaftsmagazin keine Religion vorkommt, ist noch nicht der Gegenpol, die Gegenstimme, dass Religionskritik stattfindet oder eben positiv humanistisches, gottlos gut leben. Also das sind teilweise dann auch eben diese Argumente sind dann sehr, sehr schwachbrüstig. Also nach dem Argument müssten ja Fussballfans unseren Podcast hören, weil da kein Basketball drin vorkommt. Und kein Hornussen und kein Schwingen, um schweizerisch zu bleiben. Wobei als jemand aus Dortmund muss ich sagen, dass in Fussball keine Religion vorkommt, finde ich hier nicht. BVB-Fans können doch durchaus religiös für ihren Verein sein. Teilweise zieht sich das übrigens auch bis in die Schweiz. Also das kennt ihr ja, dieses Argument. Ja, Atheismus ist ja auch nur eine Religion und das ist auch etwas, das wir säkulare Aktivisten teilweise vorgeworfen werden. Ich gähne dann meistens oder zucke mit den Schultern. Oh ja, dein atheistischer Missionarseifer. Dabei geht es eigentlich nur darum, Privilegien zu kritisieren oder eben Absolutheitsansprüche abzulehnen. Und dann ist man schon irgendwie antireligiös, fundamentalistisch und ist gleich schlimm wie die religiösen Fundamentalisten. Das ist ein sehr schwaches Argument, das eigentlich sehr durchsichtig ist, aber das leider auch funktioniert. Das wird häufig von Leuten vorgebracht, die sich noch nicht drei Minuten lang mit guten humanistischen, atheistischen, freidenkerischen Argumenten auseinandergesetzt haben. Weil jemand kein Kruzifix im Schulzimmer haben will, will er schon die ganze Religion verbieten und die Leute ins Gefängnis werfen. Das ist dann teilweise ja. Und eben dasselbe wollte ich sagen. Fussball als Religion, was meint man damit? Ja, man meint, dass man es mit sehr viel Leidenschaft tut oder so. Und diesen Witz, den kann man schon machen und die Leute, die haben das In-Group-Out-Group-Denken, aber ist dann doch nicht dasselbe. Also der BVB wird nicht in eine Abtreibungsdebatte wahrscheinlich einschalten sich oder so, denke ich. Aber es wäre ja eine interessante Frage. Die Fussballclubs beschäftigen sich eher gegen den Abstieg und nicht gegen die Abtreibung. Also im Fussball ist ja der Gegenstand ist ja nachweisbar. Ja. Was du da beschrieben hast, kann man übrigens mathematisch auch exakt machen, das Argument. Und zwar ist das Kompliment von einer endlichen Menge immer eine unendliche Menge, weil du hast halt eine endliche Menge von Themen, die irgendwie religiös sind. Wenn du jetzt alle Themen nimmst, die nicht religiös sind, sind das eben unendlich viele, weil das dann eben alle Themen eigentlich umfasst. Alle Themen sind unendlich viele und wenn du von unendlich endlich viel abziehst, bleibst du bei unendlich. Und dadurch ist dann plötzlich alles, was irgendwie sich nicht gerade mit Religion beschäftigt, wird dann als atheistisch eingestuft. Also wir sind eigentlich im Vorteil mit unserer... Also das kann man logisch nachvollziehen, das Argument. Es ist aber eigentlich unsinnig. Ich hatte vorhin noch eine Überlegung, vielleicht kommt dir das irgendwann mal zugute, Valentin. Du hattest gesagt, dass die Berichterstattung häufig extrem unkritisch ist. Also nach dem Motto, dieser Heilige hat da ein Wunder getan oder so. Das sagtest du, glaube ich. Und was mir auffällt, ist, dass Theologen, die sich heute öffentlich äußern, also ich sage jetzt mal so Mainstream-Theologen, ich habe hier speziell die EKD im Auge, aber ich glaube auch katholische Theologen, also ich sage mal so Universitätstheologen. Das fällt mir auf, die sprechen schon so, die sichern sich praktisch sprachlich ab, die sagen nicht mehr, Jesus ist gekreuzigt worden, gestorben und wieder auferstanden, sondern die sagen, Christen glauben, dass Jesus, so, damit ist das eben richtig und weniger angreifbar, als wenn die sagen, Jesus ist gestorben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die haben so eine Sprache, weil die wollen sich ja wahrscheinlich auch nicht vor ihren Peers da sozusagen, also ihren anderen Theologen irgendwie als unwissenschaftlich outen, sozusagen. Aber hier könnte man mal schauen, wie sich oder vielleicht mal so gegenüberstellen, wie sich Theologen äußern und wie sich Reporter äußern oder Journalisten, weil ich mir vorstellen könnte, dass man häufig zu solchen Formulierungen, also sagen wir diese naiven Formulierungen, eine wissenschaftlichere oder wahrere sozusagen Äußerung finden kann, so wie der soll dieses Wunder verübt haben oder sowas. Das kam mir nur so in den Sinn, weil mir das schon seit geraumer Zeit auffällt, dass Theologen sich eigentlich schon einmal differenzierter äußern, also der Feldweite und Wiesenchrist. Wobei das bei den Theologen natürlich auch ein Teil ist, um ihren Status zu behalten und zu rechtfertigen, weil wir hatten uns ja da eben schon drüber unterhalten. Es gibt nach wie vor staatlich finanzierte Theologie-Lehrstühle und dann kann man natürlich den Kritikern daran ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, indem man sagt, ja, aber ich habe doch nie gesagt, dass Jesus gekreuzigt wurde, sondern ich beschäftige mich ja nur damit zu erforschen, was Christen glauben und nicht damit zu behaupten, das sei die Wahrheit. Ja, also das ist so ein Neusprech. Ich glaube nicht, dass irgendein Theologe fürchtet, deswegen entlassen zu werden oder negative Konsequenzen zu haben, wenn er das, sagen wir mal so traditionell äußern würde. Naja. Also es bleibt einfach viel zu tun und diese Asymmetrie, dass viele staatliche Stellen uns als Partner, als Dialogpartner gar nicht wahrnehmen, das ist eben übel und leider ist es eben auch so, dass wir teilweise die Ressourcen nicht haben, uns häufiger eben auch als Gesprächspartner einzubringen. Aber beispielsweise für diese Neuverhandlung der Vereinbarung zwischen der SRG und Kirchen, da müssen die Schweizer Freidenkerinnen und Freidenker, wir müssen da jetzt aktiv werden und wir müssen uns da anbieten und sagen, in der nächsten Runde muss das und das auf den Tisch. Aber man kann eben nicht immer gut dieses Lobbying betreiben. Viele Kantonalkirchen und religiöse Institutionen haben halt einfach da Stellenprozente, da wird es uns nur schwindelig, oder? Die haben da Generalvikariat, dann noch eine Stellvertretung des Vikars und dann haben sie noch 300 Stellenprozente Sekretariat für dieses und jenes und 150 Prozent PR und noch ein Riesenbudget. Aber wir müssen immer wieder Ansprechpartner sein und klar machen, dass wir sprechen, nicht nur für Leute, die wirklich Religion teilweise sogar ablehnen und ganz kritisch sehen, sondern auch sprechen häufig für die Leute, die einfach mit Religion so wenig wie möglich am Hut haben wollen und sich den Vorschriften und den Zumutungen von religiösen Institutionen gegenüber verwehren. Das muss breiter präsent sein und klarer sein. Leute wie wir, die sagen, nein, so nicht, nein, nicht in meinem Namen, ich lebe gottlos gut, ich lebe gottlos glücklich, mir geht das sogar besser als irgendwelche alten sogenannten heiligen Schriften zurechtzubiegen. Und diese Punkte, die müssen wir wiederholen, wiederholen, arbeiten dran, arbeiten dran und unsere Message rausbringen. Wenn das nach Mission tönt, dann soll einer dem Mission sagen, ich nenne das einfach Beitrag an der Diskussionskultur. Es ist eine Art Lobbying, es ist eine Art Interessenvertretung, aber leider macht der Journalismus, so wie er de facto da ist, diese Interessenvertretung zu wenig gut. Schönes Schlusswort, Valentin. Willst du noch eine Webseite sagen? Also grundsätzlich www.freistrich-denken.ch Das ist die Freidenker-Vereinigung der Schweiz. Okay, prima, Valentin. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke euch. Okay. Ich konnte fast den Eindruck haben, dass einige Journalisten so braingewaschen wurden, dass sie ihre kritische Distanz zur Kirche verloren haben. Apropos Brainwashing. Nico, du hattest da was zu mitgebracht. Liebe Ketzer-Gemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribt, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020